Gottfried Keller – Der Schmied seines Glückes John Carbys, ein artiger Mann von bald 40 Jahren, führte den Spruch im Munde, dass jeder der Schmied seines eigenen Glückes sein müsse, solle und könne, und zwar ohne viel Gezappel und Geschrei. Ruhig, mit nur wenigen Meisterschlägen schmiede der rechte Mann sein Glück. War seine öftere Rede, womit er nicht etwa die Erreichung bloß des Notwendigen, sondern überhaupt alles Wünschenswerten und Überflüssigen verstand. So hatte er denn als zarter Jüngling schon den ersten seiner Meisterstreiche geführt und seinen Taufnamen Johannes in das englische John umgewandelt, um sich von vornherein für das Ungewöhnliche und Glückhafte zuzubereiten, da er dadurch von allen übrigen Hansen abstach und überdies einen angelsächsisch-unternehmenden Nimbus erhielt. Darauf verharrte er einige Jährchen ruhig, ohne viel zu lernen oder zu arbeiten, aber auch ohne über die Schnur zu hauen, sondern klug abwartend. Als jedoch das Glück auf den ausgeworfenen Köder nicht anbeißen wollte, tat er den zweiten Meisterschlag und verwandelte das I in seinem Familiennamen Carbys in ein Y. Dadurch erhielt dies Wort anderwärts auch Carpes, welches Weißkohl bedeutete, einen edleren und fremdartigeren Anhauch, und John Carbys erwartete nun mit mehr Berechtigung, wie er glaubte, das Glück. Allein es vergingen abermals mehrere Jahre, ohne dass selbiges sich einstellen wollte, und schon näherte er sich dem 31., als er sein nicht bedeutendes Erbe mit aller Mäßigung und Einteilung endlich doch aufgezehrt hatte. Jetzt begann er aber, sich ernstlich zu regen und sann auf ein Unternehmen, das nicht für den Spaß sein sollte. Schon oft hatte er viele Seldwiler um ihre stattlichen Firmen beneidet, welche durch Hinzufügen des Frauennamens entstanden. Diese Sitte war einst plötzlich aufgekommen. Man wusste nicht, wie und woher. Aber genug, sie schien den Herren vortrefflich zu den roten Plüschwesten zu passen, und auf einmal erklang das ganze Städtchen an allen Ecken von pompösen Doppelnamen. Große und kleine Firma-Tafeln, Haustüren, Glockenzüge, Kaffeetassen und Teelöffel waren damit beschrieben. Und das Wochenblatt strotzte eine Zeit lang von Anzeigen und Erklärungen, deren einziger Zweck das Anbringen der Allianzunterschrift war. Insbesondere gehörte es zu den ersten Freuden der Neuverheirateten, also bald irgendein Inserat von Stapel laufen zu lassen. Dabei gab es auch mancherlei Neid und Ärgernis. Denn wenn etwa ein schwärzlicher Schuster oder sonst für gering geachteter Durchführung solchen Doppelnamens an der allgemeinen Respektabilität teilnehmen wollte, so wurde ihm das mit Naserümpfen übel vermerkt, obgleich er im legitimsten Besitze der anderen Ehehälfte war. Immerhin war es nicht ganz gleichgültig, ob ein oder mehrere Unbefugte durch dieses Mittel in das allgemeine, vergnügte Kreditwesen eindrangen, da erfahrungsgemäß die geschlechterhafte Namensverlängerung zu den wirksameren, doch zartesten Maschinenteilchen jenes Kreditwesens gehörte. Für John Carbys aber konnte der Erfolg einer solchen Hauptveränderung nicht zweifelhaft sein. Die Not war jetzt gerade groß genug, um diesen lang aufgesparten Meisterstreich zur rechten Stunde zu führen, wie es einem alten Schmied seines Glückes geziemt, der da nicht in den Tag hineinhämmert, und John sah demgemäß nach einer Frau aus, still, aber entschlossen. Und siehe, schon der Entschluss schien das Glück endlich heraufzubeschwören. Denn noch in derselben Woche langte an, wohnte in Seltwila mit einer mannbaren Tochter, eine ältere Dame, und nannte sich Frau Olivia, die Tochter Fräulein Olivia. Carbys Olivia, klang es sogleich in Johns Ohren und wiederhallte es in seinem Gemüte. Mit einer solchen Firma, ein bescheidenes Geschäft begründet, musste in wenigen Jahren ein großes Haus daraus werden. So machte er sich denn nachweislich an die Sache, ausgerüstet mit allen seinen Attributen. Diese bestanden in einer vergoldeten Brille, in drei emaillierten Hemdeknöpfen, durch goldene Kettchen unter sich verbunden, in einer langen goldenen Uhrkette, welche eine geblümte Weste überkreuzte, mit allerlei Anhängseln in einer gewaltigen Busennadel, welche als Miniaturgemälde eine Darstellung der Schlacht von Waterloo enthielt, ferner in drei oder vier großen Ringen, einem großen Rohrstock, dessen Knopf ein kleiner Operngucker bildete in Gestalt eines Permutt-Fässchens. In den Taschen trug, zog er vor und legte er vor sich hin, wenn er sich setzte, ein großes Futteral aus Leder, in welchem eine Zigarrenspitze ruhte, aus Meerschaum geschnitzt, darstellend in aufs Pferd gebundenen Maseppa. Diese Gruppe ragte ihm, wenn er rauchte, bis zwischen die Augenbrauen hinauf und war ein Kabinettsstück. Ferner eine rote Zigarrentasche mit vergoldetem Schloss, in welcher schöne Zigarren lagen, mit Kirschrot und weiß getigertem Deckblatt. Ein abenteuerlich elegantes Feuerzeug, eine silberne Tabaksdose und eine gestickte Streiptafel. Auch führte er das komplizierteste und zierlichste aller Geldtäschchen mit unendlich geheimnisvollen Abteilungen. Diese sämtliche Ausrüstung war ihm die Idealausstattung eines Mannes Unglücke. Er hatte dieselbe als kühn entworfenen Lebensrahmen im Voraus angeschafft, als er noch an seinem kleinen Vermögen geknabbert, aber nicht ohne einen tieferen Sinn. Denn solche Anhäufung war jetzt nicht sowohl das Behänge eines geschmacklosen eitlen Mannes als vielmehr eine Schule der Übung der Ausdauer und des Trostes zur Zeit des Unsterns sowie eine würdige Bereithaltung für das endlich einkehrende Glück, welches ja kommen konnte wie ein Dieb in der Nacht. Lieber wäre er verhungert, als dass er das Geringste seiner Zierstücke veräußert oder versetzt hätte. So konnte er weder vor der Welt noch vor sich selbst für einen Bettler gelten und lernte das Äußerste erdulden, ohne an Glanz einzubüßen. Ebenso war, um nichts zu verlieren, zu verderben, zu zerbrechen oder in Ordnung zu bringen, eine fortwährend ruhige und würdevolle Haltung geboten. Kein Räuschchen und keine andere Aufregung durfte er sich gestatten. Und wirklich besaß er seine Maseppa schon seit zehn Jahren, ohne dass an dem Pferde ein Ohr oder der fliegende Schweif abgebrochen wäre. Und die Häkchen und Ringelchen an seinen Etuis und Nassessers schlossen sich so gut als am Tage ihrer Schöpfung. Auch musste er zu all dem Schmucke Rock und Hut säuberlich schonen, so wie er auch stets ein blankes Vorhemdchen zu besitzen wusste, um seine Knöpfe, Kettchen und Nadeln auf weißem Grunde zu zeigen. Freilich lag eigentlich mehr Mühe darin, als er in seinem Spruche von den wenigen Meisterschlägen zugestehen wollte. Allein man hat ja immer die Werke des Genies fälschlich für mühelos ausgegeben. Wenn nun die beiden Frauenzimmer das Glück waren, so ließ es sich nicht ungern in dem ausgespannten Netz des Meisters fangen. Ja, er schien ihnen mit seiner Ordentlichkeit und seinen vielen Kleinodien gerade der Mann zu sein, den zu suchen sie ins Land gekommen waren. Sein geregelter Müßiggang deutete auf einen behaglichen und sichern Zinsleinpicker oder Rentier, der seinen Werttitel gewiss in einem artigen Kästchen aufbewahrte. Sie sprachen einiges von ihrem eigenen, wohlbestellten Wesen. Als sie aber merkten, dass Herr Carbis nicht viel Gewicht darauf zu legen schien, hielten sie glücklich inne und ihre Persönlichkeit für das, was diesen guten Mann allein anziehe. Kurz, in wenigen Wochen war er mit dem Fräulein Olivia verlobt und gleichzeitig reiste er nach der Hauptstadt, um eine reichbezierte Adresskarte mit dem herrlichen Doppelnamen stechen zu lassen, andererseits ein prächtiges Firmaschild zu bestellen und einige Handelsverbindungen mit Kredit für ein Geschäft mit Ellenwaren zu eröffnen. Im Übermut kaufte er gleich noch zwei oder drei Ellenstäbe von poliertem Pflaumenholz, einige Dutzend Wechselformulare mit vielen merkurialischen Emblemen, Preiszettel und kleine Papierchen mit goldenem Rande zum Aufkleben, Handlungsbücher und derartiges mehr. Vergnügt eilte er wieder in seiner Heimatstadt und zu seiner Braut, deren einziger Fehler ein etwas unverhältnismäßig großer Kopf war. Freundlich, zärtlich wurde er empfangen und seinem Reiseberichte die Eröffnung entgegengesetzt, dass die Papiere der Braut, so für die Hochzeit erforderlich waren, angekommen seien. Doch geschah diese Eröffnung mit einer lächelnden Zurückhaltung, wie wenn er auf eine zwar unbedeutende, aber immerhin nicht ganz ordnungsgemäße Nebensache müsste vorbereitet werden. Alles dies ging endlich vorüber und es ergab sich, dass die Mutter allerdings eine verwitwete Dame Olivia, die Tochter hingegen ein außereheliches Kind von ihr war, aus ihrer Jugendzeit und ihren eigenen Familiennamen trug, wenn es sich um amtliche und zivilrechtliche Dinge handelte. Dieser Name war Häuptle. Die Braut hieß Jungfer Häuptle und die künftige Firma also John Carbys Häuptle. Zu Deutsch Hans Kohlköpfle. Sprachlos stand der Bräutigam eine gute Weile, die unselige Hälfte seines neuesten Meisterwerkes betrachtend. Endlich rief er, »Und mit einem solchen Hauptkopfschädel kann man Häuptle heißen!« Erschrocken und demütig senkte die Braut ihr Häuptlein, um das Gewitter vorübergehen zu lassen. Dennoch ahnte sie nicht, dass die Hauptsache an ihr für Carbysen jener schöne Name gewesen sei. Herr Carbys schlechtweg aber ging ohne weiteres nach seiner Behausung, um sich den Fall zu überlegen. Allein schon auf dem Wege riefen ihm seine lustigen Mitbürger Hans Kohlköpfle zu, da das Geheimnis bereits verraten war. Drei Tage und drei Nächte suchte er das gefehlte Werk in tiefer Einsamkeit umzuschmieden. Am vierten Tage hatte er seinen Entschluss gefasst, ging wieder dorthin und begehrte die Mutter statt der Tochter zur Ehe. Allein die entrüstete Frau hatte nun ihrerseits in Erfahrung gebracht, dass er Carbys gar kein Mahagoni-Kästchen mit Werttiteln besitze und wies ihm schnöde die Tür, worauf sie mit ihrer Tochter um ein Städtchen weiterzog. So sah Herr John das glänzende Olivia entschwinden, wie eine schimmernde Seifenblase im Ätherblau, und höchst betreten hielt er seinen Glücksschmiedehammer in der Hand. Seine letzte Barschaft war über diesem Handel fortgegangen. Daher musste er sich endlich entschließen, etwas Wirkliches zu arbeiten oder wenigstens zur Grundlage seines Daseins zu machen. Und indem er sich so hin- und herprüfte, konnte er gar nichts als vortrefflich rasieren, ebenso die Messer dazu imstande halten und scharf machen. Nun stellte er sich auf mit einem Bartbecken und in einem schmalen Stübchen zu ebener Erde, über dessen Türe er ein John Carbys befestigte, welches er aus jener stattlichen Firmatafel eigenhändig herausgesägt und von dem verlorenen Olivia wehmütig abgetrennt hatte. Der Spitzname Kohlköpfle blieb ihm jedoch in der Stadt und führte ihm manchen Kunden zu, sodass er mehrere Jahre lang ganz leidlich dahin lebte, Gesichter schabend und Messer abziehend und seinen übermütigen Wahlspruch fast ganz zu vergessen schien. Da sprach eines Tages ein Bürger bei ihm ein, der soeben von langen Reisen zurückgekehrt war und jetzt nachlässig, indem er sich zum Einseifen setzte, hinwarf, »So gibt es, wie ich aus ihrem Schilder ersehe, doch noch Carbysse in Seldwila?« »Ich bin der Letzte meines Geschlechtes,« erwiderte der Barbier, »nicht ohne Würde. Doch warum frugen sie das, wenn ich fragen darf?« Der Fremde schwieg jedoch, bis er barbiert und gesäubert und erst als alles beendigt und der Ehrensold entrichtet war, fuhr er fort, »In Ausburgs kannte ich einen alten, reichen Kauz, welcher öfter versicherte, seine Großmutter sei eine geborene Carbys von Seldwila in der Schweiz gewesen, und es nehme ihn höchlich Wunder, ob da noch Leute dieses Geschlechtes lebten.« Hierauf entfernte sich der Mann. Hans Kohlköpfle dachte nach und dachte nach und kam in eine große Aufregung, als er sich endlich dunkel erinnerte, dass eine Vorfahren von ihm sich wirklich vor langen Jahren nach Deutschland verheiratet haben sollte, die seither verschollen war. Ein rührendes Familiengefühl erwachte plötzlich in ihm, ein romantisches Interesse für Stammbäume, und es ward ihm bange, ob der Gereiste auch wiederkommen würde. Nach der Art seines Bartwuchses musste er in zwei Tagen wieder erscheinen. In der Tat kam der Mann pünktlich um diese Zeit. John seifte ihn ein und scharfte ihn beinahe zitternd von Neugierde. Als er fertig war, platzte er heraus und erkundigte sich angelegentlich nach den näheren Umständen. Der Mann sagte, »Es ist einfach ein Herr Adim Le Tumlai, hat eine Frau, aber keine Kinder, und wohnt in der und der Straße zu Augsburg.« John beschlief sich den Handel noch eine Nacht und fasste in derselben den Mut, doch noch tüchtig glücklich zu werden. Am nächsten Morgen schloss er seinen Ladenstreifen, packte seinen Sonntagsanzug in einen alten Tonnister und alle seine wohlerhaltenen Wahrzeichen in ein besonderes Paketlein. Und nachdem er sich mit hinlänglichen Ausweisschriften und fahrbücherlichen Auszügen versehen, trat er unverweilt die Reise nach Augsburg an. Still und unscheinbar, wie ein älterer Handwerksbursche. Als er die Türme und die grünen Welle der Stadt vor sich sah, überzählte er seine Barschaft und fand, dass er sich sehr knapp halten müsse, wenn er im ungünstigen Falle den Rückweg wieder bestehen wolle. Darum kehrte er in der bescheidensten Herberge ein, welche er nach einigem Suchen auffinden konnte. Er trat in die Gaststube und sah verschiedene Handwerkszeichen über den Tischen hangen, worunter auch dasjenige der Schmiede. Unter dieses setzte er sich als ein Schmied seines Glückes, der guten Vorbedeutung wegen, und stärkte sein Leibliches durch ein Frühstück, da es noch zeitig am Tage. Dann ließ er sich ein eigenes Kämmerchen geben, wo er sich umkleidete. Er stutzte sich auf jegliche Weise auf und behing sich mit dem ganzen Zierrad. Auch schraubte er das Perspektivfässchen auf den Stock. So trat er aus der Kammer hervor, dass die Wirtin erschrak, ob all der Pracht. Es dauerte ziemlich lang, ehe er die Straße fand, nach der sein Herz begehrte. Doch endlich sah er sich in einer weiten Gasse, worin mächtige alte Häuser standen. Aber kein lebendes Wesen war zu erblicken. Endlich wollte doch ein Mäglein mit einem blanken, schäumenden Kännchen Bier an ihm vorüberhuschen. Er hielt es fest und fragte nach Herrn Adam Littumlei, und das Mädchen zeigte ihm das Haus, vor welchem er gerade stand. Neugierig schaute er daran hinauf. Über einem ansehnlichen Portale türmten sich mehrere Stockwerke mit hohen Fenstern empor, deren starke Gesimse und Profile ein senkrechtes Meer von kühnen Verkürzungen vor dem Auge des armen Glückssuchers ausbreiteten, sodass es ihm fast bänglich wurde und er befürchtete, eine zu großartige Sache unternommen zu haben. Denn er stand vor einem förmlichen Palast. Dennoch drückte er sachte an dem schweren Torflügel, schlüpfte hinein und befand sich in einem prächtigen Treppenhaus. Eine steinerne Doppeltreppe baute sich mit breiten Absätzen in die Höhe, von einem reich geschmiedeten Geländer eingefasst. Unter der Treppe hindurch und durch die hintere offene Haustüre sah man Sonnenschein und Blumenbeete. John ging leise dahin, um vielleicht einen Dienstboten oder einen Gärtner zu finden, sah aber nichts als einen großen, altfränkischen Garten, der voll der schönsten Blumen war, sowie einen steinernen Brunnen mit vielen Figuren. Alles war wie ausgestorben. Er ging wieder zurück und begann, die Treppe hinaufzusteigen. An den Wänden hingen große, vergilbte Landkarten, Pläne alter Reichsstädte mit ihren Festungswerken, mit stattlichen, allegorischen Darstellungen in den Ecken. Eine eichene Türe unter mehreren war bloß angelehnt. Der Eindringling öffnete sie zur Hälfte und sah eine ziemlich hübsche Frau auf einem Ruhebette ausgestreckt, welcher das Strickzeug entfallen war und die ein geruhiges Schläfchen tat, obgleich es erst zehn Uhr vormittags war. Mit klopfendem Herzen hielt John Carbys, da das Zimmer sehr tief war, seinen Stock ans Auge, und betrachtete die Erscheinung durch das Perspektivchen von Perlmutter. Das seidene Kleid, die rundlichen Formen der Schläferin ließen ihm das Haus immer mehr wie ein verzaubertes Schloss erscheinen. Und höchst gespannt zog er sich zurück und stieg weiter hinauf, sachte und vorsichtig. Zu oberst war das Treppenhaus eine ordentliche Rüstkammer, da es behangen war mit Rüstungen und Waffen aus allen Jahrhunderten. Rostige Panzerhemden, Eisenhüte, Galaklorasse aus der Zopfzeit, Schlachtschwerter, vergoldete Lundenstäbe, alles hing durcheinander und in den Ecken standen ziervolle kleine Geschütze, grün vor Alter. Kurz, es war das Treppenhaus eines großen Patrizias und Herrn John wurde es feierlich zumute. Da ließ sich plötzlich eine Art Geschrei vernehmen, ganz in der Nähe wie von einem größeren Kind und als es nicht aufhörte, benutzte John den Anlass, ihm nachzugehen und so zu Leuten zu kommen. Er öffnete die nächste Türe und sah einen weitläufigen Ahnensaal von unten bis oben mit Bildnissen angefüllt. Der Boden bestand aus sechseckigen Fliesen verschiedener Farbe, die Decke aus Gipsstuckaturen mit lebensgroßen, fast freischwebenden Menschen- und Tiergestalten, Fruchtkränzen und Wappen. Vor einem zehn Fuß hohen Kaminspiegel aber stand ein winziges eisgraues Greischen, nicht schwerer als ein Zicklein, in einem Schlafrock von scharlachrotem Sammet mit eingeseiftem Gesicht. Das strampelte vor Ungeduld, schrie weinerlich und rief, ich kann mich nicht mehr rasieren, ich kann mich nicht mehr rasieren, mein Messer schneint nicht, niemand hilft mir, oje, oje. Als es im Spiegel den Fremden sah, schwieg es still, kehrte sich um und sah mit dem Messer in der Hand verblüfft und furchtsam auf Herrn John, welcher, den Hut in der Hand, mit vielen Bücklingen Vordrang, den Hut abstellte, lächelnd dem Männchen das Messer aus der Hand nahm und dessen Schneide prüfte. Er zog es einige Male auf seinem Stiefel, dann auf dem Handballen ab, prüfte hierauf die Seife und schlug einen dichtern Schaum, kurz, er papierte das Männchen in weniger als drei Minuten aufs Herrlichste. Verzeihen Sie, hochgeehrter Herr, sagte hierauf Kavis, die Freiheit, die ich mir genommen habe, allein da ich sie in solcher Verlegenheit sah, glaubte ich mich dergestalt, auf die natürlichste Weise bei ihnen einzuführen, insofern ich etwa die Ehre habe, vor Herren Adam Littumlei zu stehen. Das Alterchen betrachtete noch immer erstaunt den Fremden. Dann schaute es in den Spiegel und fand sich sauber rasiert, wie lange nicht mehr, worauf es, wohlgefallen mit Misstrauen vermischend, den Künstler abermals besah und mit Zufriedenheit wahrnahm, dass es ein anständiger Fremder sei. Doch fragte es mit immer noch unwirschem Stimmchen, wer er sei und was er wolle. John räusperte sich und versetzte, er sei ein gewisser Kavis aus Sildwila, und da er sich gerade auf Reisen befinde und die hiesige Stadt passiere, so habe er nicht versäumen wollen, die Nachkommen einer Ahne seines Hauses aufzusuchen und zu begrüßen. Und er tat, als ob er von Kindheit auf nur von Herren Littumlei sprechen gehört hätte. Dieser war auf einmal freudig überrascht und rief freundlich und wohlgemut, Ha, so blüht also das Geschlecht der Kabisse noch. Ist es zahlreich und angesehen? John hatte schon gleich einen Wandergesellen, der vor dem Torschreiber steht, seine Schriften ausgepackt und vorgelegt. Indem er auf sie wies, sprach er ernst, zahlreich ist es nicht mehr, denn ich bin der Letzte des Geschlechtes, aber seine Ehre steht noch unbewegt. Erstaunt und gerührt ob solchen Reden bot ihm der Alte die Hand und hieß ihn willkommen. Die beiden Herren verständigten sich schnell über den Grat ihrer Verwandtschaft. Abermals rief Littumlei, so nah berühren sich unsere Lebenszweige. Kommen Sie, lieber Vetter, hier sehen Sie Ihre edle und treffliche Urgroßtante, meine leibliche Großmama. Und er führte ihn im mächtigen Saale umher, bis sie vor einem schönen Frauenbilde standen in der Tracht des vorigen Jahrhunderts. In der Tat bezeichnete ein Papierkärtchen, welches in der Ecke des Rahmens befestigt war, die besagte Dame, so wie auch eine Anzahl der anderen Bildnisse mit solchen Zetteln versehen war. Freilich zeigten die Gemälde selbst noch andere Inschriften in lateinischer Sprache, welche mit den angehefteten Papierchen nicht übereinstimmten. Aber John Carbys stand und stand und überlegte in seinem Innern, so hast du denn doch gut geschmiedet, denn hier blickt auf dich hier nieder hold und freundlich die Ahnfrau deines Glückes im reichen Rittersaal. Melodisch zu dieser Selbstansprache klangen die Worte des Herrn Littumlei, welcher sagte, dass nun von seiner Weiterreise keine Rede sein dürfe, sondern der werteste Vetter zur Begründung eines engen Verhältnisses vorerst so lange, als dessen Zeit es erlaube sein Gast sein müsse. Denn das flunkende Ziergerät des Herrn Großneffen, welches ihm schon in die Augen gefallen, versah vertrefflich seinen Dienst und erfüllte ihn mit Vertrauen. Darum zog er jetzt mit aller Macht an einer Glocke, worauf allmählich einige Dienstboten herbeischlurften, um nach ihrem kleinen Gebiet zu sehen. Und endlich erschien auch die Dame, welche im ersten Stock geschlafen hatte, noch gerötet von ihrem Schläfchen und mit halboffenen Augen. Als ihr aber der angekommene Gast vorgestellt wurde, tat sie dieselben ganz auf, neugierig und vergnüglich, wie es schien, über die unerwartete Begebenheit. John wurde nun in andere Räume geführt und musste eine gehörige Erfrischung einnehmen, wobei ihm das Ehepaar so eifrig half wie Kinder, die zu jeder Stunde Esslust haben. Dies gefiel dem Gast über die Maßen, da er sah, dass es Leute waren, die sich nichts abgehen ließen und welche noch Freude an den guten Dingen hätten. Seinerseits aber verfehlte er auch nicht, stündlich einen angenehmeren Eindruck zu machen. Ja, schon beim bald folgenden Mittagessen stellte sich derselbe entschieden fest, als jedes der beiden Leutchen seine eigenen Leibgerichte auftragen ließ und John Carbys von allem aß und alles trefflich fand und seine angewöhnte, ruhige Würde seinem Urteil einen noch höheren Wert gab. Es wurde aufs Rühmlichste gegessen und getrunken und noch nie genossen drei wackere Leute zusammen ein reichlicheres und zugleich schuldloseres Dasein. Es war für John ein Paradies, in welchem kein Sündenfall möglich schien. Genug, es begab sich alles auf das Beste. Bereits lebte er acht Tage in dem ehrwürdigen Hause und kannte dasselbe schon in allen Ecken. Er vertrieb dem Alten die Zeit auf tausenderlei Weise, ging mit ihm spazieren und rasierte ihn so leicht wie ein C4, was dem Männchen vor allem ausgefiel. John merkte, dass er Littumlei über irgendetwas nachzusinnen begann und erschrak, wenn jener von seiner Abreise sprach, was er etwa in ernsten Andeutungen tat. Da fand er, es sei Zeit, jetzt wieder einen kleinen Meisterschlag zu wagen und kündigte seinem Gönner am Ende des achten Tages deutlicher seine demnächstige Abreise an, zum Grunde nehmend, dass er sich durch längeres Zaudern dem Abschied und die Gewöhnung an ein einfacheres Leben nicht erschweren dürfe. Denn männlich wollte er sein Schicksal ertragen, das Schicksal eines Letzten seines Geschlechtes, der da in strenger Arbeit und Zurückgezogenheit die Ehre des Hauses bis zum Erlöschen zu wahren habe. Kommen Sie mit mir hinauf in den Rittersaal, erwiderte Herr Adam Littumlei. Sie gingen, als dort der Alte einige Male feierlich auf und abgewandelt, begann er wieder. Hören Sie meinen Entschluss und meinen Vorschlag, lieber Großneffe. Sie sind der Letzte Ihres Geschlechtes, es ist dies ein ernstes Schicksal. Allein ein nicht minder ernstes habe ich zu ertragen. Blicken Sie mich an, wohl an, ich bin der Erste des Meinigen. Stolz richtete er sich auf und John sah ihn an, konnte aber nicht entdecken, was das heißen sollte. Aber jener fuhr fort, ich bin der Erste des Meinigen, will so viel heißen, als ich habe mich entschlossen, ein solch großes und rühmliches Geschlecht zu gründen, wie Sie hier an den Wänden dieses Saales gemalt sehen. Diese sind nämlich nicht meine Ahnen, sondern die Glieder eines ausgestorbenen Patrizier-Geschlechtes dieser Stadt. Als ich vor 30 Jahren hier einwanderte, war das Haus mit all seinem Inhalt und seinen Denkmälern eben käuflich und erstand sogleich den ganzen Apparat als Grundlage zur Verwirklichung meines Lieblingsgedankens. Denn ich besaß ein großes Vermögen, aber keine Namen, kein Vorfahren und ich kenne nicht einmal den Taufnamen meines Großvaters, welcher einen Kabis geheiratet hat. Ich entschädigte mich anfänglich damit, die hier gemalten Herren und Frauen als meine Vorfahren zu erklären und einige zu Littumlais, andere zu Kabisen zu machen, mittels solcher Zettel, wie sie sehen. Doch meine Familienerinnerungen reichten nur für sechs oder sieben Personen aus. Die übrige Menge dieser Bilder, das Ergebnis von vier Jahrhunderten, spottete meinen Bestrebungen. Umso dringlicher war ich an die Zukunft gewiesen, an die Notwendigkeit, selbst ein lang andauerndes Geschlecht zu stiften, dessen gefeierter Stammvater ich bin. Mein Bild habe ich längst anfertigen lassen, sowie ein Stammbaum, an dessen Wurzel mein Name steht. Aber ein hartnäckiger und Stern verfolgt mich. Schon habe ich die dritte Frau und noch hat mir keine ein Mädchen geschweige denn einen Sohn und Stammhalter geschenkt. Die beiden früheren Weiber, von denen ich mich scheiden ließ, haben seither mit anderen Männern aus Bosheit verschiedene Kinder gehabt und die gegenwärtige, welche ich auch schon sieben Jahre besitze, würde es gewisslich gerade so machen, wenn ich sie laufen ließe. Ihre Erscheinung teurer Großneffe hat mir nun eine Idee eingegeben, diejenige einer künstlichen Nachhilfe, wie sie in der Geschichte in großen und kleineren Dynastien vielfach gebraucht wurde. Was sagen sie hierzu? Sie leben bei uns wie das Kind im Hause. Ich setze sie gerichtlich zu meinem Erben ein. Dagegen haben sie zu leisten, sie opfern äußerlich ihre eigene Familienüberlieferung. Sie sind ja doch der Letzte ihres Geschlechtes und nehmen nach meinem Tode, das heißt Beantritt des Erbes, meinen Namen an. Ich verbreite unter der Hand des Gerüchters, sie ein natürlicher Sohn von mir seien, die Frucht eines tollen Jugendstreiches. Sie nehmen diese Auffassung an, widersprechen ihr nicht. Vielleicht lässt sich in der Folge eine schriftliche Kundgebung darüber aufsetzen, eine Memoire, ein kleiner Roman, eine denkwürdige Liebesgeschichte, worin ich eine feurige, wenn auch unbesonnene Figur mache, unheil anrichte, das ich im Alter wiedergutmache. Endlich verpflichten sie sich, diejenige Gattin von meiner Hand zu nehmen, die ich unter den angesehenen Töchtern der Stadt, für die sie aussuchen werde, zu einer weiteren Verfolgung meines Zieles. Das ist im Ganzen und im Besonderen mein Vorschlag. John war während dieser Rede abwechselnd rot und bleich geworden. Aber nicht aus Scham oder Schreck, sondern vor Freude und Erstaunen über das endlich eingetroffene Glück und über seine eigene Weisheit, welche derselbe herbeigeführt habe. Aber mitnichten ließ er sich davon überrumpeln, sondern er tat, als ob er sich nur schwer entschließen könnte wegen der Aufopferung seines ehrbaren Familiennamens und seiner ehelichen Geburt. Er nahm sich eine Bedenkzeit von 24 Stunden in höflichen und wohlgesetzten Worten und fing danach an, in dem schönen Garten höchst nachdenklich auf und ab zu spazieren. Die lieblichen Blumen, die Lefkoyen, Nelken und Rosen, die Kaiserkronen und Lilien, die Geranienbeete und Jasminlauben, die Myrten und Oleanderbäumchen, alle äugelten ihn höflich an und huldigten ihm als ihrem Herrn. Als er eine halbe Stunde lang den Duft und Sonnenschein, den Schatten und die Frische des Brunnens genossen, ging er ernsthaft hinaus auf die Straße um die Ecke und trat in einen Gebäckladen, wo er drei warme Pastätchen samt zwei Spitzgläsern feinen Weines zu sich nahm. Hierauf kehrte er in den Garten zurück und spazierte abermals eine halbe Stunde. Doch diesmal eine Zigarette dazu rauchend. Da entdeckte er ein Beet voll kleiner, zarter Radieschen. Er zog ein Büschel davon aus der Erde, reinigte sie am Brunnen, dessen steinerne Tritonen ihn mit dem Augen ergebens anzwinkerten und begab sich damit in ein kühles Bräuhaus, wo er ein krugschäumendes Bier dazu trank. Er unterhielt sich vortrefflich mit den Bürgern und versuchte schon, seinen Heimatdialekt in das weichere Schwäbische umzuwandeln, da er voraussichtlich unter diesen Leuten einen hervorragenden Mann abgeben würde. Absichtlich versäumte er die Mittagsstunde und verspätete sich beim Essen. Um dort eine kritische Appetitlosigkeit durchzuführen, aß er vorher noch drei Münchner Weißwürste und trank einen zweiten Krug Bier, der ihm noch besser schmeckte als der erste. Endlich runzelte er doch seine Stirn und begab sich mit derselben zum Essen, wo er die Suppe anstarrte. Das Männchen Littumlei, welches durch unerwartete Hindernisse einem leidenschaftlichen Eigensinn zu verfallen pflegte und keinen Widerspruch ertragen konnte, empfand schon zornige Angst, dass eine letzte Hoffnung, ein Geschlecht zu gründen, zu Wasser werde und beobachtete den unbestechlichen Gast mit misstrauischen Blicken. Endlich ertrug er die Ungewissheit, ob er ein Stammvater sein solle oder keiner nicht länger, sondern forderte den Bedenkzeitler auf, jene 24 Stunden abzukürzen und seinen Entschluss sogleich zu fassen. Denn er fürchtete, die strenge Tugend seines Vetters möchte mit jeder Stunde wachsen. Er holte eigenhändig eine uralte Flasche Rheinwein aus dem Keller, von welchem John noch keine Ahnung gehabt. Als die entfesselten Sonnengeister unsichtbar über den Kristallgläsern dufteten, die gar fein erklangen und mit jedem Tropfen des flüssigen Goldes, das man auf die Zunge brachte, schnell ein Blumengärtlein unter die Nase zu wachsen schien, da erweichte endlich der raue Sinn John Carvisons und er gab sein Ja-Wort. Schnell wurde der Notar geholt und bei einem herrlichen Kaffee ein rechtsgültiges Testament aufgesetzt. Schließlich umarmten sich der künstlich natürliche Sohn und der geschlechtergegründete Erzvater. Aber es war nicht wie eine warme Umarmung von Fleisch und Blut, sondern weit feierlicher, eher wie das Zusammenstoßen von zwei großen Grundsätzen, die auf ihren Wurfbahnen sich treffen. Nun saß John im Glücke. Er hatte jetzt nichts weiter zu tun, als seiner angenehmen Bestimmung innen zu sein, etwas rücksichtsvoll, sich gegen seinen Herrn Vater zu benehmen und ein reichliches Taschengeld auf die Art zu verzehren, die ihm am meisten zusagte. Dies geschah alles auf die anständigste und ruhigste Weise und er kleidete sich dabei wie ein Baron. Von Wertgegenständen brauchte er nicht einen einzigen mehr anzuschaffen. Es zeigte sich jetzt sein Genie, in dem die vor Jahren Erworbenen auch jetzt noch gerade ausreichten und einem genau entworfenen Schema glichen, welches durch die Fülle des Glückes nun vollkommen gedeckt wurde. Die Schlacht von Waterloo blitzte und donnerte auf einer zufriedenen Brust. Ketten und Klunkern schaukelten sich auf einem wohlgefüllten Magen, durch die goldene Brille guckte ein vergnügtes und stolzes Auge. Der Stock zierte mehr einen klugen Mann, als dass er ihn stützte und die schöne Zigarrentasche war mit guten Stängeln angefüllt, welche er aus dem Massepperröhrchen mit Verstand rauchte. Das wilde Pferd war schon glänzend braun, der Massepper darauf aber erst hellrötlich, beinahe fleischfarbig, sodass das doppelte Kunstwerk des Schnitzers und des Rauchers die gerechte Bewunderung der Sachverständigen erregte. Auch Papa Littumlei wurde höchlich davon eingenommen und lernte bei seinem Pflegesöhnchen eifrig Meerschäume anrauchen. Es wurde eine ganze Sammlung solcher Pfeifen angeschafft. Doch der Alte war zu unruhig und ungeduldig in der edlen Kunst. Der Junge musste überall nachhelfen und gut machen, was jenem wiederum Achtung und Zutrauen einflößte. Jedoch fand sich bald eine noch wichtigere Tätigkeit für die beiden Männer vor, als der Papa darauf drang, nun gemeinschaftlich jenen Roman zu erfinden und aufzuschreiben, durch welchen John zu seinem natürlichen Sohn erhoben wurde. Es sollte ein geheimes Familiendokument werden in der Form fragmentarischer Denkwürdigkeiten. Um Eifersucht und Unruhe der Frau Littumlei zu verhüten, musste es in geheimen Sitzungen abgefasst und sollte ganz im Stillen in das zugründende Familienarchiv verschlossen werden, um erst in künftigen Zeiten, wenn das Geschlecht in Blütestände an das Tageslicht zu treten und von der Geschichte des Littumlei-Blutes zu reden. John hatte sich schon vorgenommen, nach dem Absterben des Alten sich nicht schlichtweg Littumlei, sondern Cabus de Littumlei zu nennen, da er für seinen eigenen Namen, den er so zierlich geschmiedet, eine verzeihliche Vorliebe hegte. Ebenso nahm er sich vor, das zu errichtende Schriftstück, wodurch er um seine ehrliche Geburt und zu einer liederlichen Mutter kommen sollte, der einst ohne weiteres zu verbrennen. Aber dennoch musste er jetzt daran mitarbeiten, was eine leise Trübung seines Wohlseins verursachte. Doch schickte er sich weislich in die Sache und schloss sich eines Morgens mit dem Alten in einem Gartenzimmer ein, um das Werk zu beginnen. Da saßen sie nun an einem Tisch sich gegenüber und entdeckten plötzlich, dass ihr Vorhaben schwieriger war, als sie gedacht, in dem keiner von ihnen je hundert Zeilen nacheinander geschrieben hatte. Sie konnten durchaus keinen Anfang finden und je näher sie die Köpfe zusammensteckten, desto weniger wollte ihnen etwas einfallen. Endlich besann sich der Sohn dass sie eigentlich zuerst ein buchstarkes und schönes Papier haben müssten, um ein dauerhaftes Schriftstück zu errichten. Das leuchtete ein. Sie machten sich sogleich auf, ein solches zu kaufen und durchstreiften einträchtig die Stadt. Als sie gefunden, was sie suchten, rieten sie einander, da es ein warmer Tag war, in ein Schenkhaus zu gehen und sich all da zu erfrischen und zu sammeln. Vergnügt tranken sie mehrere Kännchen und aßen Nüsse, Brot, Würstchen, bis John plötzlich sagte, er hätte jetzt den Anfang der Geschichte gefunden und wolle strax nach Hause laufen, um ihn aufzuschreiben, damit er ihn nicht wieder verliere. So laufe nur schnell, sagte der Alte. Ich will unterdessen hier die Fortsetzung erfinden. Ich merke, dass sie mir schon auf dem Weg ist. John eilte wirklich mit dem Buch Papier nach jenem Zimmer und schrieb, es war im Jahr 1700, als es ein gesegnetes Jahr war. Der Eiberwein kostete sieben Gulden, der Eimerapfelmost einen halben Gulden und die Maßkirschbrandwein vier Batzen. Ein zweipfündiges Weißbrot ein Batzen, ein Ditto-Roggenbrot ein halben Batzen und ein Sack Erdäpfel acht Batzen. Auch war das Heu gut geraten und der Scheffelhaber kostete zwei Gulden. Auch waren die Erbsen und die Bohnen gut geraten und der Flachs und Hanf waren nicht gut geraten. Dagegen wieder die Ölfrüchte und ertalgt oder unschlitt, so dass alles in allem die merkwürdige Sachlage stattfand, dass die bürgerliche Gesellschaft gut genährt und getränkt, notdürftig gekleidet und wiederum wohlbeleuchtet war. So ging das Jahr ohne weiteres zu Ende, wo nun jedermann mit Recht neugierig war zu erleben, wie sich das neue Jahr anlassen würde. Der Winter bezeigte sich als ein gehöriger und regelrechter Winter, kalt und klar. Eine warme Schneedecke lag auf den Feldern und schützte die junge Saat, aber dennoch ereignete sich zuletzt etwas Seltsames. Es schneite, taute und froh wieder während des Monats Hornung in so häufigem Wechsel, dass nicht nur viele Menschen krank wurden, sondern auch eine solche Menge Eiszapfen entstanden, dass das ganze Land aussah wie ein großes Glasmagazin und jedermann ein kleines Brett auf dem Kopf vertrug, um von den fallenden Spitzen nicht angestochen zu werden. Im Übrigen behaupteten sich die Preise der Lebensmittel noch immer wie oben bemerkt und schwankten endlich einem merkwürdigen Frühling entgegen. Hier kam der kleine alte Eifrig herangerannt, nahm den Bogen an sich und ohne das bisher Geschriebene zu lesen oder etwas zu sagen, schrieb er weiter, Nun kam er und hieß Adam Litumlei Er verstand keinen Spaß und war geboren anno 1700 Er kam dahergestürmt wie ein Frühlingswetter Er war einer von denjenigen Er trug einen roten Sammetrock einen Federhut und einen Degen Er trug eine goldene Weste mit dem Wahlspruch Jugend hat keine Tugend Er trug goldene Sporen und ritt auf einem weißen Hengst Er stellte denselben in den ersten Gasthof und rief Ich kümmere mich den Teufel darum denn es ist Frühling und Jugend muss austoben Er zahlte alles bar und alles wunderte sich über ihn Er trank den Wein er aß den Braten er sagte Das taugt mir alles nichts Ferner sagte er Komm du holdes Liebchen du taugst mir besser als Wein und Braten als Silber und Gold was kümmere ich mich darum Denke was du willst was sein muss sein Hier blieb er plötzlich stecken und konnte durchaus nicht weiter Sie lasen zusammen das geschriebene fanden es nicht übel und sammelten sich wieder während acht Tage wobei sie ein lockeres Leben führten denn sie gingen öfter ins Bierhaus um einen neuen Anlauf zu gewinnen Allein das Glück lachte nicht alle Tage Endlich erwischte John wieder leih nämlich an eine gewisse Jungfrau Liselein Federspiel welche in den äußersten Häusern der Stadt wohnte wo die Gärten sind und bald ein Wäldchen oder Hölzchen kommt dieses war eine der reizendsten Schönheiten welche die Stadt je hervorgebracht hat mit blauen Augen und kleinen Füßen sie war so schön gewachsen dass sie kein Korsett brauchte und aus dieser Ersparnis denn sie war arm allmählich ein violettes Seidenkleid kaufen konnte aber alles dies war verklärt durch eine allgemeine Traurigkeit welche nicht nur über die lieblichen Gesichtszüge sondern über die ganze Gliederharmonie des Fräulein Federspiel zitterte dass man in aller Windstille die wehmütigen Akkorde einer Eolsharfe zu hören glaubte denn es war jetzt ein gar denkwürdiger Maimonat angebrochen in welchem sich alle vier Jahreszeiten zusammenzudrängen schienen Schnee das die Nachtigallen mit Schneeflocken auf dem Kopf sangen als ob sie weiße Zipfel Mützchen trügen dann trat eine solche Wärme ein dass die Kinder im Freien badeten und die Kirschen reiften und die Chronik bewahrte davon den Reim auf Eis und Schnee Buben Baden im See reife Kirschen und Blühender Wein mocht alles in einem Maimond sein Diese Naturerscheinungen machten die Menschen nachdenklich und wirkten auf verschiedene Weise Die Jungferliselein Federspiel welche besonders tiefsinnig war grübelte auch nach und ward zum ersten Mal inne dass sie ihr Wohl und Wehe ihre Tugend und ihren Fall in der eigenen Hand trage und indem sie nun die Waage hielt und diese verantwortliche Freiheit erwog ward sie ebenso traurig darüber Wie sie nun dastand kam jener verwegene Rotrock und sagte unverweilt Federspiel ich liebe dich worüber sie durch eine sonderbare Fügung plötzlich ihren vorigen Gedankengang änderte und in ein helles Gelächter ausbrach Jetzt lass mich fortfahren sagte der alte welcher erhitzt nachgelaufen kam und dem Jungen über die Schulter las Es passt mir nur eben recht und setzte die Geschichte folgendermaßen fort Da ist nicht zu lachen sagte jener denn Ich verstehe keinen Spaß Kurz Es kam wie es kommen musste Wo das Wäldchen auf der Höhe stand saß mein Federspiel im Grannen und lachte noch immer Aber schon sprang der Ritter auf seinen Schimmel und flog so schnell in die Ferne dass er durch die platzgreifende Luftperspektive in wenige Augenblicken ganz bläulich aussah Er verschwand kehrte nicht mehr zurück denn er war ein Teufelsveraten Nun ist geschehen rief Littum Leih und warf die Feder hin Nun habe ich das meinige getan Führe du nun den Schluss herbei Ich bin ganz erschöpft von diesen höllischen Erfindungen beim Sticks Es nimmt mich nicht Wunder dass man die anhärenden große Häuser so hoch hält und den Lebensgröße mal da ich spüre welche Mühe mich die Gründung des meinigen kostet Aber habe ich das Ding nicht kühn behandelt John schrieb weiter Die arme Jungfer Federspiel empfand eine große Unzufriedenheit als plötzlich merkte dass der verführerische Jüngling entschwunden war fast gleichzeitig mit dem denkwürdigen Maimonat Doch hatte sie die Geistes Gegenwart schnell das Vorgefallene in ihrem Innern vor Ungeschehen zu erklären um so den früheren Zustand einer gleich schwebenden Waage wiederherzustellen Aber sie genoss dieses Nachspiel der Unschuld nur kurze Zeit Der Sommer kam man schnitt das Korn Es ward einem Gelb vor den Augen wohin man blickte vor all dem goldenen Segen Die Preise gingen wieder bedeutend herunter Liselein Federspiel stand auf jenem Hügel und schaute allem zu Aber sie sah nichts vor lauter Verdruss und Reue Es kam der Herbst Jeder Weinstock war ein fließender Brunnen Vom Fallen der Äpfel und Birnen trommelte es fortwährend auf der Erde Man trank man sang kaufte und verkaufte Jeder versorgte sich Das ganze Land war ein Jahrmarkt und so reichlich und wohlfeil alles war so wurde doch das Überflüssige noch gelobt und gehätschelt und dankbar angenommen Nur allein der Segen den Liselein brachte sollte nichts gelten und keiner Nachfrage wert sein als ob der im Überfluss schwimmende Menschenhaufen nicht ein einziges Mäulchen mehr brauchen könnte Da hüllte sie sich in ihre Tugend und gebar einen Monat zu früh ein munteres Kneblein welches so recht darauf angewiesen war der Schmied seines eigenen Glückes zu werden dieser Sohn führte sich auch so wacker durch ein viel bewegtes Leben dass er durch wunderbare Schicksale endlich mit seinem Vater vereinigt von demselben zu Ehren gezogen und in seine Rechte eingesetzt wurde und ist dies der zweite bekannte Stammherr des Geschlechtes der Littum Lei Johann Polycarpus Adam Littum Lei John unterschrieb ebenfalls Dann drückte Herr Littum Lei noch sein Siegel bei dessen Wappenschild drei halbe goldene Fischangeln im blauen Felde und sieben weiß und rot quadrierte Bachstelzen auf einem schräg laufenden grünen Balken zeigte Sie wunderten sich aber dass das Schriftstück nicht größer geworden denn sie hatten kaum einen Bogen von dem Buch Papier beschrieben Nichts desto weniger legten sie es in das Archiv wozu sie einst weilen eine alte eiserne Kiste bestimmten und waren zufrieden und guter Dinge Unter solchen und anderen Beschäftigungen verging die Zeit auf das angenehmste Es wurde dem glückhaften John beinahe unheimlich dass es auch gar nichts mehr zu hoffen und zu fürchten zu schmieden und zu spekulieren gab Indem er sich so nach neuer Tätigkeit umsah wollte es ihn bedüngten dass die Gemahlin des Hausherren ein etwas unzufriedenes und verdächtiges Gesicht gegen ihn zeige Es dünkte ihn nur bestimmt konnte er es nicht behaupten Er hatte diese Frau welche fast immer schlief oder wenn sie wachte etwas Gutes aß über seinen anderweitigen Bestrebungen wenig beachtet da sie sich in nichts mischte und mit allem zufrieden schien wenn ihre Ruhe nicht gestört wurde Jetzt fürchtete er plötzlich sie könnte ihm irgendeine nachteilige Wandlung der Dinge bereiten ihren Mann umstimmen und dergleichen Er legte den Finger an die Nase und sagte Halt hier dürfte es geraten sein dem Werke noch die letzte Pfeile zu geben Wie konnte ich nur diese wichtige Partie so lange aus den Augen setzen Gut ist gut aber besser ist besser Der Alte war eben fort um im Stillen an der Ausmittlung einer zweckmäßigen Gattin für seinen Stammhalter tätig zu sein wovon er selbst diesem nichts verriet John beschloss unverweilt sich zu der Dame zu begeben mit der unbestimmten Vorstellung ihr auf irgendeine Weise den Hof zu machen und sich bei ihr einzuschmeicheln um das versäumte nachzuholen er säuselte ehrbarlich die Treppe hinunter bis zu dem Gemach wo sie sich aufzuhalten pflegte und fand wie gewöhnlich die Türe halb offen stehen denn sie war bei aller Trägheit neugierig und liebte immer gleich zu hören was vorging er trat vorsichtig hinein und sah sie wieder schlummernd daliegen ein halb aufgegessenes Himbeertörtchen in der Hand ohne recht zu wissen was eigentlich beginnen ging er endlich auf zehn hin ergriff ihre runde Hand und küsste sie ehrerbietig sie regte sich nicht im mindesten doch öffnete sie die Augen zur Hälfte und sah ihn ohne den Mund zu verziehen mit einem höchst seltsamen Blick an solange er dastand verblüfft und stotternd zog er sich endlich zurück und lief in sein Zimmer dort setzte er sich in eine Ecke jenen Blick aus schmalen Augenzwinkerung immer vor sich er eilte wieder hinunter die Frau verhielt sich unbeweglich wie vorhin und wie er näher trat taten sich die Augen wieder halb auf wiederum zog er sich zurück wiederum saß er in der Ecke seiner Kammer zum dritten Mal fuhr er in die Höhe stieg die Treppe hinunter huschte hinein und blieb nun dort bis der Patriarch nach Hause kehrte es verging nun kaum ein Tag wo die zwei Leute sich nicht zusammen zu tun und den alten zu hintergehen wussten dass es eine Art hatte die schläfrige Frau wurde auf einmal munter in ihrer Weise John aber ergab sich dem leidenschaftlichsten undank gegen seinen wohltäter immer in der Absicht seine Stellung zu befestigen und das Glück recht an die Wand zu nageln Beide Sünder taten indessen nur umso freundlicher und ergebener gegen den betrogenen Littum Leih der dabei sich ganz behaglich fühlte und sein Haus auf das Beste bestellt zu haben glaubte so dass man nicht entscheiden konnte welcher von beiden Herren mehr mit sich zufrieden war eines Morgens schien jedoch der Alte den Sieg davon zu tragen infolge einer vertraulichen Unterredung welche seine Frau mit ihm gepflogen Denn er ging ganz sonderbar herum stand keinen Augenblick still und suchte fortwährend allerlei Sätzchen zu pfeifen was aber wegen Mangels an Zähnen nicht gelang Er schien um mehrere Zoll gewachsen zu sein über Nacht kurz er war der Inbegriff der Selbstzufriedenheit Aber denselben Tag noch neigte sich der Sieg wieder auf die Seite des Jüngern als ihn der Alte unversehens frug ob er nicht Lust habe eine tüchtige Reise zu machen um auch noch die Welt ein wenig kennenzulernen und besonders auch indem er sich selber bildet die verschiedenen Arten der Jugenderziehung in den Ländern in Betracht zu nehmen und sich über die diesfalls herrschenden Grundsätze zu unterrichten namentlich mit Bezug auf die vornehmeren Stände Nichts konnte ihm willkommener sein als solch herrlicher Antrag und freudig genehmigte er fuhr in höchster Gloria davon Zuerst bereiste er Wien Dresden Berlin und Hamburg dann wagte er sich nach Paris und überall führte er ein prächtiges und weises Leben Er patrouillierte alle Vergnügungsorte Sommertheater und Spektakelplätze ab lief durch die Raritätenkammern der Schlösser und stand allnachmittags in der Sonnenhitze auf den Paradeplätzen um die Musik zu hören und die Offiziere anzugaffen ehe er zur Tafel ging wenn er all die Herrlichkeiten unter tausend anderen Menschen mit ansah so wurde er ganz stolz und schrieb sich von allem Glanz und Getön das alleinige Verdienst zu jeden für einen unwissenden Tropf haltend der nicht dabei war mit dem behenden genießen verband er aber die größte Weisheit um seinem Wohltäter zu zeigen dass er keinen Hasen auf Reisen geschickt habe keinem Kinde kaufte er je etwas ab den Dienstwaren in den Gasthäusern wusste er beharrlich mit dem Trinkgelde durchzugehen ohne Schaden zu leiden und um jeden Dienst feilschte er lange ehe er ihn annahm am meisten Spaß machte ihm das Vexieren und Foppen der verlorenen Wesen mit denen er sich im Vereine mit zwei oder drei Gleichgesinnten auf den öffentlichen Bällen unterhielt mit einem Wort erlebte so sicher und vergnügt wie ein alter Weinreisender zum Schluss konnte er sich nicht versagen einen Abstecher nach seiner Heimat Seldwila zu machen dort logierte er im ersten Gasthof saß geheimnisvoll und einsilbig an der Mittagstafel und ließ seinem Mitbürger sich die Köpfe darüber zerbrechen was aus ihm geworden sei sie waren überzeugt dass nicht viel hinter der Sache steckte ihren Spott zurückhielten und mit krausen Nasenflügel nach dem Golde blinzelten das er sehen ließ er aber regalierte sich nicht mit einer einzigen Flasche Wein obgleich er vor ihren Augen vom besten trank und sann wie er ihnen noch weiteres antun könne da gedachte er am Ende seiner Reise plötzlich des Auftrages der ihm zur Erforschung des Erziehungswesens in den durchreisten Ländern geworden um die Grundsätze festzustellen nach welchen die Kinder des von Littum Lei Gegründeten und von Carbis fortzupflanzenden Geschlechtes erzogen werden sollten diese Aufgabe in Seldwila zu lösen kam ihm nun trefflich zustatten da er in den Mantel einer höheren Mission gehüllt als eine Art Edukationsrat auftreten und die Seldwila noch mehr formen konnte er kam auch gerade vor die rechte Schmiede denn seit einiger Zeit schon waren sie auf einen herrlichen Erwerbszweig geraten indem sie alle ihre Mädchen zu Erzieherinnen machten und versandten kluge und unkluge gesunde und kränkliche Kinder wurden in dieser Weise zubereitet in eigenen Anstalten und für alle Bedürfnisse wie man Forellen verschiedentlich behandelt sie blau absiedet oder backt oder spickt und so weiter so wurden die guten Mädchen entweder mehr positiv christlich oder mehr weltlich mehr für die Sprachen oder mehr für die Musik für vornehme Häuser oder für mehr bürgerliche Familien zugerichtet je nach der Weltgegend für welche sie bestimmt waren und von wo die Nachfrage kam das seltsame dabei war dass die seltsame für alle diese verschiedenen zweckbestimmungen sich vollkommen neutral und gleichgültig verhielten und auch von den betreffenden Lebenskreisen durchaus keine Kenntnis besaßen und der gute Absatz ließ sich nur dadurch erklären dass die gleichgültig und kenntnislos waren ein seltsame der den unversöhnlichsten christenfeind spielte konnte seine nach england bestimmten kinder auf gebet und sonntagsheiligung einüben lassen ein anderer der in öffentlichen reden von der edlen staufacherin der zierde des freien schweizer hause schwärmte hatte seine fünf oder sechs töchter nach den russischen städten oder in andere unwirtliche gegenden verband wo sie in ferner trostlosigkeit schmachteten die Hauptsache war dass die wackeren bürger die armen wesen sobald als möglich mit einem reisepass und regenschirm versehen hinausjagen und mit dem heimgesandten erwerbe derselben sich gütlich tun konnten aus alledem war aber bald eine gewisse überlieferung und geschicklichkeit für die äußerliche zurichtung der mädchen entstanden und John Carbys hatte voll aufzutun die kuriosen grundsätze die hierin walteten mit noch kurioserer auffassungsgabe einzusammeln und sich zu notieren er ging in den verschiedenen fabriklein herum wo die mädchen zubereitet wurden befragte vorsteherinnen und lehrer und suchte sich vorzüglich ein bild davon zu schaffen wie die erziehung eines knepchens in einem großen hause von anfang an standes gemäß betrieben würde und zwar so recht auf kosten der hierfür bezahlten Leute und ohne Mühsal noch verdruste Eltern hierüber fertigte er ein merkwürdiges Memorandum an welches in einigen Tagen dank seinen fleißigen Notizen zu mehreren Bogen anschwoll und mit dem er sich aufsehen erregend beschäftigte er verwahrte die Schrift zusammengerollt in einer runden Blechkapsel und trug dieselbe an einem Lederriemchen beständig an der Hüfte als aber die Seltwiler das bemerkten glaubten sie er sei abgesandt ihnen das Geheimnis ihrer Industrie abzustehlen und in das Ausland zu verpflanzen sie erbosten sich über ihn und trieben ihn drohend und mit Schelten davon erfreut dass er sie habe ärgern können reiste er ab und langte endlich in Augsburg an gesund und fröhlich wie ein junger Hecht er trat wohlgemut ins Haus und fand dasselbe ebenso froh belebt eine muntere schöne Land Frau mit hohem Busen war das erste Wasser antraf sie trug eine Schüssel mit warmem Wasser und erhielt sie für eine neue Köchin und betrachtete sie vorläufig nicht ohne Wohlgefallen doch drängte es ihn die Hausfrau schnell zu begrüßen allein sie war nicht zu sprechen und lag im Bett obgleich das Haus von einem seltsamen Geräusch widerhallte dieses rührte vom alten Littum ganz rot vor Freude Stolz und Hochmut ausgelassen und würdeatmend zugleich hieß er seinen Günstlingen willkommen und eilte wieder davon um etwas anderes zu verrichten denn er schien alle Hände voll zu tun zu haben zwischendurch ließ sich von einer Gegend her wiederholt ein gedämpftes Quieken vernehmen wie von einem Kreuzer Trompetchen die vollbusige Bäuerin ging wieder über die Szene mit einer Handvoll weißer Tüchlein und rief aus ihrer weißen Kehle gleich mein Schätzchen gleich mein Bübchen das dich sagte John was ist das für ein leckerer Bissen aber er horchte wieder auf jenes Quieken das sich fort und fort vernehmen ließ nun rief Littum leider wieder herangetreppelt kam singt der Vogel nicht schön was sagst du dazu mein Bursche welcher Vogel fragte rief der alte ein Sohn ist uns allen endlich geboren ein Stammhalter so munter wie ein Ferkel liegt uns in der Wiege all meine Wünsche meine alten Pläne sind erfüllt der Schmied seines Glückes stand wie eine Bildsäule ohne jedoch die Folgen des Ereignisses schon zu übersehen so einfach sie auch sein mochten er fühlte nur dass es ihm höchst widerstreben zumute war machte ganz runde Augen und spitzte den Mund wie wenn er einen Igel küssen müsste nun fuhr der vergnügte alte fort sei nur nicht zu verdrießlich etwas verändert wird allerdings unser Verhältnis habe auch bereits das Testament umgestoßen und verbrannt sowie jenen lustigen Roman dessen wir nun nicht mehr bedürfen du aber bleibst im Hause du sollst bei der Erziehung meines Sohnes die Namen zusammensuchen schon dreimal habe ich den Kalender durchgesehen will jetzt noch eine alte Chronik durchstöbern dort gibt es alte Stammbücher mit ganz merkwürdigen Taufnamen John begab sich endlich auf sein Zimmer und setzte sich in jene Ecke die Blechkapsel mit der Erziehungsdenkschrift hatte er noch umhängen und er hielt sie unbewusst zwischen den Knien er sah die Sachlage ein er verwünschte die böse Frau welche ihm diesen Streich gespielt und einen Erben unter geschoben er verwünschte den alten der da glaubte er hätte einen rechtmäßigen Sohn nur sich selbst verwünschte er nicht der doch der wirkliche und alleinige Urheber des kleinen Schreiers war und sich so selbst enterbt hatte er zappelte in einem unzerreißlichen Netz rannte aber wieder nach dem alten um ihm törichterweise die Augen zu öffnen glauben sie denn wirklich sagte er mit gedämpfter Stimme zu ihm dass das Kind das ihrige sei wie das sagte hellet umlei und sah von seiner chronik auf John fuhr fort in abgebrochenen Redens Arten ihm zu verstehen zu geben dass er selbst ja nie im Stande gewesen sei Vater zu werden dass seine Frau wahrscheinlich sich eine Untreue habe zu Schulden kommen lassen und so weiter sobald ganz verstand fuhr es wie besessen in die Höhe stampfte auf den Boden schnaubte und schrie endlich aus den Augen mir undankbares Scheiß warum sollte ich nicht imstande sein einen Sohn zu haben sprich Elender ist das der Dank für meine Wohltaten dass du die Ehre meines Weibes und meine eigene Ehre begeiferst mit deiner niederträchtigen Zunge welch ein Glück das ich noch rechtzeitig erkenne welch eine Schlange ich an meine Busen genährt habe wie werden doch mit dir von Stund an er lief zitternd vor Wut nach seinem Schreibtisch nahm eine Handvoll Goldstücke wickelte sie in ein Papier und warf es dem Unglücklichen vor die Füße hier ist noch ein Zirpfennig und dann fort mit dir auf immer hiermit entfernte er sich immer zischend wie eine Schlange John hob das Päcklein auf ging aber nicht aus dem Hause sondern schlich auf seine Kammer mehr tot als lebendig zog sich auf bis auf das Hemde ob schon es noch nicht Abend war und legte sich ins Bett schlotternd und erbärmlich stöhnend in allem Jammer zählte er da er keinen Schlaf finden konnte das erhaltene Geld und das welches er auf der Reise in oben beschriebener Weise erspart unnütz sagte er ich denke nicht daran vorzugehen ich will und muss hier bleiben da klopften zwei Polizeimänner an die Türe traten herein und hießen ihn aufstehen und sich anziehen voll Angst und Schrecken tat er es sie befahlen ihm seine Sachen zusammen zu packen es war aber alles noch auf das schönste beisammen da er seine Reisekoffer noch gar nicht geöffnet hatte darauf führten sie ihn aus dem Hause ein Knecht trug die Sachen nach setzte sie auf die Straße und schloss die Türe vor seiner Nase zu hierauf lasen ihm die Männer von einem Papier ein Verbot vor bei Strafe nicht mehr dieses Haus zu betreten dann gingen sie fort er aber blickte nochmals an das Haus seines verlorenen Glückes hinauf als eben einer der hohen Fensterflügel sich ein wenig öffnete jene hübsche Amme eine in ländlicher Weise dort getrocknete Windel hereinlangte und gleichzeitig das Stimmchen des Kindes sich wieder vernehmen ließ da floh er endlich mit seiner Habe in einen Gasthof zog sich dort wiederum aus und legte sich nun ungestört ins Bett am anderen Tage lief er aus Verzweiflung noch zu einem Advokaten um zu erfahren ob denn gar nichts mehr zu machen sei sobald der aber seine Rede halb angehört rief er zornig machen sie das sie fortkommen sie mit ihrer einfältigen Erbschleicherei oder ich lasse sie verhaften ganz verstürmt reisete er allendlich nach seinem guten Seldwila wo er erst vor einigen Tagen gewesen war er setzte sich wieder in den Gasthof und zehrte einige Zeit nachdenklich von seiner Barschaft und je mehr sie sich verminderte desto kleinlauter wurde er humoristisch gesellten sich die Seldwila zu ihm und als sie da er nun zugänglicher geworden sein Schicksal so ziemlich erforscht hatten und ihm in der Sitze seines abnehmenden kleinen Vermögens sahen kauften sie ihm eine kleine alte Nagelschmiede vor dem Tore die gerade feil stand und wie sie zu machen alle seine Attribute und Kleinode veräußern was er umso leichter tat als er nun keine Hoffnung mehr auf diese Dinge setzte sie hatten ihn ja immer betrogen und er mochte nicht mehr um sie Sorge tragen mit der Nagelschmiede in der zwei oder drei Arten einfacher Nägel gemacht wurden ging ein alter Geselle in den Kauf von dem der neue Inhaber die Hantierung selbst ohne viel Mühe so dahim dämmerte als er das Glück einfacher und unverdrossener Arbeit spät kennenlernte das ihn wahrhaft aller Sorge enthob und von seinen schlimmen Leidenschaften reinigte dankbarlich ließ er schöne Kürbisstauden und Winden an dem niedrigen schwärzlichen Häuschen emporranken das außerdem von einem großen Holunderbaum überschattet war und dessen Esse immer ein freundliches Feuerlein hegte nur in stillen Nächten bedachte er etwa noch sein Schicksal und einige Male wenn der Jahrestag wiederkehrte wo er die Dame Littumlei bei dem Gehirnbeertörtchen gefunden hatte stieß der Schmied seines Glückes den Kopf gegen die Esse aus Reue über die unzweckmäßige Nachhilfe welche er seinem Glück hatte geben wollen allein auch diese Anwandlungen verloren sich allmählich je besser die Nägel gerieten welche er schmiedete Ende